Erfolg erfordert Einsatz. Das sagt Jürgen Höller, Mutationstrainer Nummer 1 im deutschen Sprachraum und Autor des Rusch-Verlages und des Aufsteiger-Verlages. Was genau er damit meint, erfahren Sie in dieser Folge unseres Podcasts. Mehr ist möglich. Der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rusch und ich sitze hier im Wohnzimmer meines Ferienhauses in La Palma. Wir haben heute wieder mal 22 Grad, wie fast jeden Nachmittag. Ich sehe hier auf das Meer hinaus. Und ich tue das, was ich gerne tue. Ich arbeite. Ich setze mich ein für die Rusch-Firmengruppe. Ich tue Dinge, damit unsere Kunden erfolgreicher werden. Heute habe ich für Sie wieder etwas Großartiges. Ich habe nämlich jetzt das Vergnügen, Ihnen ein ganzes Kapitel aus dem Sprenge-Deine-Grenzen-Erfolgspaket von Jürgen Höller präsentieren zu dürfen. Das ist ein Megaprodukt. Es gehört zu den 10 Produkten, wofür wir am meisten Zeit gebraucht haben in der Produktion. Die Produktion ging Monate. Es ist ein riesiges Erfolgspaket mit einem Top-Sprecher, mit Nebensprechern, mit einer komponierten Musik, mit Wandpostern, mit zahlreichen Arbeitsbüchern und einiges mehr. Und hier bekommen Sie jetzt nicht nur eine Hörprobe, sondern ein komplettes Kapitel. Das Kapitel 10 mit dem Titel Der Einsatz für den Erfolg. Fürstin Gloria von Turn und Taxis ist ein gutes Beispiel für die Handlungsstrategie. Als sie den Fürsten von Turn und Taxis heiratete, der bereits im etwas fortgeschrittenen Alter war, lebte sie zunächst ihre verrückten Ideen und Vorstellungen aus. Schnell wurde sie dadurch bekannt. Für einige Mitglieder des deutschen Adels wurde sie geradezu zur Schreckgestalt. Dann starb der Fürst und Fürstin Gloria musste die Geschäfte übernehmen. Erst da erkannte sie, dass es nicht zum Besten stand. Doch getreu ihrem Motto, wünschen ist gut, etwas dafür tun ist besser, erarbeitete sie mit Fleiß und Ehrgeiz die Voraussetzungen, die sie in ihrer Position benötigt. Sie gesteht sich eindeutig ein, was sie kann und was sie nicht kann und ist ständig bereit, dazuzulernen. Sie macht für ihr Nichtwissen nicht irgendjemanden verantwortlich, sondern nimmt es selbst in die Hand, ihr Wissen zu erweitern. Ich habe mich mit Betriebswirtschaft beschäftigt, dreimal in der Woche Unterricht genommen. Ich konnte ja nicht einmal Bilanzen lesen. Abends habe ich dann eben nicht mehr stundenlang fern gesehen, sondern habe im Bett meine Lehrbücher gelesen. Fürstin Gloria beherrscht aber nicht nur das Gesetz des Handelns, sondern auch das Gesetz der Konzentration. Wenn sie einmal eine Aufgabe übernommen hat, verschreibt sie sich dieser mit ihrer ganzen Energie, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Dazu hat sie das große Talent, dass sie ungünstige Umstände von außen nicht als Katastrophen ansieht. Sie nimmt Krisen als Chancen wahr und nimmt die Herausforderungen an, verwandelt auch negative Situationen in Erfolge. Die Holzwirtschaft ist in einer Krise, aber gerade hier ist gutes Management und Kreativität gefordert. Das hätte ich auch tun können, brauchen die, die handeln, nie zu sagen. Peter Ebeling Aufschieberitis ist eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Viele Menschen verwenden sie unbewusst, um Schmerz zu vermeiden. Die Krux an der Sache ist nur, dass du dir noch größere Schmerzen bereitest, wenn du versäumst, rechtzeitig zu handeln. Und deswegen löse jetzt gleich Aufgabe 52. Welche Handlungen hast du schon seit geraumer Zeit vor dir hergeschoben, die du eigentlich schon längst hättest erledigen müssen? Hat es dir Vorteile gebracht, diese Handlungen in der Vergangenheit nicht auszuführen? Wenn ja, welche? Welchen Schmerz, welche Nachteile hattest du in der Vergangenheit, weil du diese Aufgaben nicht erledigt hast? Was wird es dich an Schmerz kosten, wenn du diese Dinge auch jetzt nicht erledigst, sondern weiter aufschiebst? Welche positiven Gefühle wirst du wohl haben, wenn du diese Handlungen jetzt anpackst und möglichst umgehend erledigst? Was für Konsequenzen hat für dich diese Übung? Paul Pechvogel ist einer jener Menschen, die immer klagen und jammern, weil sie im Leben nicht auf der Sonnenseite stehen. Jeden Abend betet er zum lieben Gott, Bitte, bitte, lieber Gott, schenke mir einen Sechser im Lottung. Das geht eine ganze Zeit lang so weiter, bis schließlich dem lieben Gott nach vielen Jahren der Kraken platzt und er Paul Pechvogel nachts unsanft aus dem Schlaf rüttelt. Hallo, Paul Pechvogel, ich würde dir ja gerne deinen Wunsch erfüllen, doch bitte komme etwas entgegen und gib endlich deinen Lottozettel ab. Ein Erfolgsgeheimnis heißt Beginne Jürgen Höller Viele Menschen beten, hoffen und glauben, ohne jemals ins Handeln zu kommen. Doch ohne ins Handeln zu kommen, kannst du den Erfolg nicht ernten. Wer nie beginnt, der kann auch nie ankommen. Glaube mir, jeder Mensch wird für Größe geboren, aber er muss erst noch wachsen. 1984 kam ein vollkommen unbekannter junger Mann in Chicago an. Er war von der Basketballmannschaft Chicago Bulls als neuer Spieler engagiert worden. Damals sahen pro Spiel nur 600 Zuschauer ihr Team. Dieser junge Mann hatte es als kleiner Junge nicht einmal geschafft, die Qualifikation für die Highschool-Mannschaft zu bewältigen. Seine Reaktion? Auf einem Hinterhof übte er immer wieder das Körbewerfen. Stundenlang. Seine Karriere begann im ersten College-Jahr. Eine Sekunde vor Schluss des Spiels lag sein eigenes Team einen Punkt zurück. Er bekam den Ball und warf von der Mittellinie aus mit dem Mut der Verzweiflung den Ball Richtung Korb und er traf. Seine Mannschaft gewann schließlich mit dem Schlusspfiff und seitdem hatte er diesen tiefen, unerschütterlichen Glauben, dass er alles kann. Dieser junge Mann heißt Michael Jordan. Heute verdient er geschätzte 120 Millionen US-Dollar pro Jahr. Michael Jordan bekommt eine Million Dollar pro Auftritt, etwa dann, wenn er ein neues Casino in Las Vegas eröffnet und sich dort eine Stunde sehen lässt. Nach jedem Spiel warten 150 Reporter auf ihn, um ihn zu fotografieren und zu interviewen. Dank des Königs der Lüfte stiegen die Chicago Bulls in den letzten Jahren zur erfolgreichsten US-Basketballmannschaft und zu einer der erfolgreichsten Sportmannschaften der Welt auf. Die letzten knapp 300 Heimspiele waren mit jeweils 23.000 Zuschauern ausverkauft. Siebenmal in neun Jahren waren die Chicago Bulls US-Meister im Basketball. Der Umsatz pro Jahr beträgt ca. 500 Millionen US-Dollar. Als Michael Air Jordan vor einiger Zeit zurücktrat und eineinhalb Jahre Pause einlegte, herrschte Katzenjammer in der NBA. Als er nach diesen eineinhalb Jahren zurückkehrte, legte der Börsenkurs der Firmen, für die Erwerbung betreibt, McDonalds, Nike und so weiter, innerhalb von 24 Stunden in ungeahnter Weise zu. Und warum hat es Michael Jordan zu dieser Größe gebracht? Weil er an sich glaubte, weil er nie aufgab und weil er beständig, ausdauernd und beharrlich an seinen Fähigkeiten arbeitete. Auch Michael Jordan musste Rückschläge erleiden. Man denke nur daran, dass er nicht einmal in das Highschool-Team aufgenommen wurde. Aber er hat an sich geglaubt. Und er hat immer wieder geübt. Ich habe einmal einen Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten Calvin Coolidge gelesen, der dies sehr schön ausdrückt. Nichts in der Welt wird jede Beharrlichkeit ersetzen. Begabung nicht. Es gibt nichts mehr als Menschen mit Begabung, aber ohne Erfolg. Bildung nicht. Die Welt ist voll von gebildeten Versagern. Genie nicht. Genies, denen die Anerkennung versagt bleibt, haben fast schon sprichwörtlichen Charakter. Allein Beharrlichkeit und Entschlossenheit sind allmächtig. Demokritz sagte dazu, Es werden mehr Menschen durch Übung tüchtig als durch Naturanlage. Das Leben, das Schicksal, Gott, suche dir aus, woran du glaubst, schenkt uns die Begabung. Harte und ausdauernde Arbeit macht daraus das Genie. Nikolaus B. Enkelmann sagte einmal, Glück kommt von Gelingen. Und der Wortschatz Gelingen hat etwas zu tun mit Können, also mit Tun und Handeln. Bedenke auch immer, wer selbst nicht handelt, der wird behandelt. Wer Mentaltraining betreibt, der muss eine Ursache setzen. Nur dann erfüllt sich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Doch die Ursache besteht aus zwei Teilen. Erstens dem Saatgut, das ist der Gedanke. Zweitens dem Aussehen, nämlich dem Handeln. Vielleicht fällt uns das Handeln deshalb so schwer, weil wir Dinge tun, die uns keinen Spaß machen. Wenn wir Kinder beobachten, stellen wir fest, dass sie eine unvorstellbare Ausdauer für Dinge haben, die ihnen Freude machen. Sie sind aber absolut nicht dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die ihnen keine Freude bereiten. Liegt es also vielleicht daran, dass wir keine Freude haben an den Dingen, die wir tun? Laut einer Untersuchung gehen 56% aller Menschen einer Tätigkeit nach, die ihnen keine Freude bereitet. Aber wenn wir eine Tätigkeit haben, die uns Freude macht, warum haben wir dann noch Schwierigkeiten zu handeln? Das Leben schenkt uns nun einmal kein Freibier. Wir müssen hart dafür arbeiten. Aktivität ist das Schlüsselwort. Nicht nur im Verkauf, sondern bei jeder Tätigkeit. Wir müssen handeln. Wir müssen ins Tun kommen. Wer weiß, was er zu tun hat und es nicht tut, der macht sich schuldig. Jakobus Du musst also beginnen und danach beharrlich dabei bleiben. Warum aber ist dieses beharrliche Dabeibleiben so wichtig? Nun, durch die Konzentration auf eine Sache wirst du diese Sache im Laufe der Zeit natürlich immer wieder tun. Das heißt, du wiederholst die gleiche Tätigkeit. Nehmen wir einmal als Beispiel einen Verkäufer. Wenn ein Verkäufer beharrlich dabei bleibt, immer wieder Bücher liest, Audiokassetten hört, Videoseminare ansieht und regelmäßig Seminare besucht, so wird sein Wissen immer größer. Wenn er dann das Wissen in der Praxis anwendet und im Laufe der Zeit einen Punkt nach dem anderen integriert, so wird er als Verkäufer immer sicherer. Er wird immer selbstbewusster. Er wird immer mehr Abschlüsse tätigen. Sein Selbstbewusstsein steigt ständig und so weiter. Durch permanentes Wiederholen verdichten sich also Überlegungen und Handlungen. Wissen kann man viel, aber das reicht nicht aus. Wenn man weiß, wie man einen Nagel in die Wand schlägt, kann man es noch lange nicht tun. Wissen ist wenig, erst das Können macht den König. Wer einmal etwas Kluges gehört hat, ist deshalb noch lange nicht klug. Der Weg ist aber immer der gleiche. Auf Wissen folgt Tun, darauf das Wiederholen, dann das Können und schließlich der Erfolg. Schon Aristoteles erkannte, wir sind das, was wir wiederholt tun. Verzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass jedes Verhalten am Anfang bildlich gesehen einem Trampelpfad entspricht. Eine erst dünne und schwache Vernetzung unserer Nervenzellen. Mit jeder Wiederholung aber wird diese Vernetzung fester und fester. Im Laufe der Zeit wird aus diesem Trampelpfad ein komfortabler Weg, schließlich eine feste, stabile Straße und am Ende sogar eine Autobahn. Das gilt übrigens sowohl für negative als auch für positive Handlungsweisen. Jetzt verstehst du vielleicht auch, warum sich zwischen Wissen und Tun eine riesige Lücke erstreckt. Die Lücke zwischen Wissen und Tun ist das schwächste Glied in der Lebenskette der meisten Menschen. Das Problem besteht in der Regel nicht darin, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, sondern dass wir es nicht schaffen, etwas in die Tat umzusetzen. Ich kenne das von meinen Seminaren. Viele Teilnehmer sind begeistert nach dem Seminarbesuch und meinen, dies wäre nun der große Durchbruch. Sie fahren nach Hause und ein paar wenige sind enttäuscht. Warum? Weil nichts passiert. Das sind genau die Teilnehmer, die nicht verstanden haben, dass es nicht ausreicht, einmal ein Seminar über Erfolgs- und Motivationsstrategien zu besuchen oder ein Buch oder eine Audiokassette zu diesem Thema zu lesen oder zu hören. Das neu erworbene Wissen ist ja noch kein Teil ihres Charakters geworden. Damit es dein festes geistiges Eigentum wird, damit dieses Wissen sich unbewusst frei entfalten kann und dich sicher zum Erfolg, zum Spitzenerfolg führt, muss es sich im Unterbewusstsein verdichten. Das bedeutet, dass du dich regelmäßig mit diesen Dingen beschäftigen, dass du regelmäßige Übungen absolvieren musst, um es schließlich zu einem Teil deiner Persönlichkeit werden zu lassen. Besuche regelmäßig Seminare. Ich besuchte in den letzten Jahren durchschnittlich zehn Seminare pro Jahr und zwar bei den besten Trainern der Welt. Insgesamt waren das über 120. Lese immer wieder Bücher. Ich selbst habe etwa 700 Bücher zu den Themen Erfolg und Motivation durchgearbeitet. Höre immer und immer wieder Audiokassetten im Auto oder zu Hause. So sind beispielsweise über 100 Audiokassetten von den erfolgreichsten Trainern der Welt mittlerweile zu meinem geistigen Eigentum geworden. Setze die wichtigen Dinge um in deinem Leben, denn dann werden sie ein Teil deiner Persönlichkeit. Wende regelmäßig das mentale Kassettentraining an. Praktiziere täglich die Praxis der Autosuggestion. Nutze die Visualisierungstechnik. Der Schlüssel liegt also in der Vertiefung der Kenntnisse, in der Beherrschung verschiedener Werkzeuge und Methoden, die dazu führen, dass wir bei gleicher oder verstärkter Anstrengung stetig mehr Leistung bringen können. Durch ständige Wiederholung werden Widerstände abgebaut, wird vorher Unvorstellbares vorstellbar. Unmögliches wird möglich und Unglaubliches wird selbstverständlich. Wenn dies nicht so wäre, bedürfte es neben dem Theoriekurs in Fahrschulen keinerlei praktische Übungsfahrt. Wer weiß, wie die Tasten eines Musikinstrumentes zu schlagen sind, kann deshalb noch lange nicht Klavier spielen. Wer weiß, wie eine Schreibmaschine funktioniert, kann deshalb noch lange keinen Brief schreiben. Wer weiß, wie Erfolgs- und Motivationsstrategien funktionieren, ist deshalb noch lange nicht erfolgreich oder motiviert. Dies ist auch der Grund dafür, warum so manche meiner Trainerkollegen zwar über die Erfolgsstrategien reden, aber selbst keinen Erfolg haben. Soeben haben Sie ein Kapitel aus dem Sprenge Deine Grenzen Erfolgspaket von Jürgen Höller gehört. Super Sache, nicht wahr? Ich bin wirklich stolz auf dieses Erfolgspaket. Und wie üblich bei so einem Produkt, die Inhalte sind zu 99% zeitlos. Falls Sie dieses Erfolgspaket noch nicht besitzen, sollten Sie unbedingt mal einen Blick werfen in den Roush-Shop auf www.rusch-shop.com Schrägstrich 1135 Ich wiederhole www.rusch-shop.com Schrägstrich 1135 Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen sonnige Grüße aus La Palma. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020